Euch mal geraucht habt? Nee, habt Gott sei Dank nie angefangen. Und würde ich euch auch immer empfehlen, nie anfangen. Am besten schwierig, wieder wegzukommen. Hast du es jemanden versucht? Willst du noch nicht versuchen? Ja man, bestimmt ja. Mit 40 dann? Also in zwei Jahren? Ich liebe den Scheiß so sehr. Wenn mir jemand sagen würde, würdest du das auch machen, ohne Fame zu sein und ohne Geld zu finden? Ich denke, ich würde einfach Ja sagen. Ich würde einfach Ja sagen, Bruder, weil ich den Scheiß so liebe. Und der sitzt wieder da mit einer Fresse und druckt 20k die Minute. Kappi, wappi, schnappi, zack!